Geld verdienen mit Affiliate Marketing und das Ganze online. Du kannst online Geld verdienen, indem du Produkte bewirbst und Provisionen dadurch erhältst. Das ist ein extrem geringer Zeitaufwand, wenn man vergleicht, wie viel man reinstecken muss an Zeit und wie viel man damit online verdienen kann, wenn man es denn richtig macht. Du kannst direkt Geld verdienen, indem du diesen Kurs hier weiter empfiehlst. Du findest dazu den passenden Link, entweder in der Videobeschreibung oder schreib mich einfach an. Oder du wirst weitere Möglichkeiten finden, um diesen Kurs hier weiter zu empfehlen. Wichtig ist, dass du deinen Link verwendest und dann kannst du bis zu 30, wenn nicht sogar 50% Provisionen erhalten. Du brauchst kaum Fachwissen und es ist ideal für Anfänger. Affiliate Marketing mit digitalen Produkten ist möglich, zum Beispiel über Digistore24, EloPage etc. Du hast ja auch diesen Kurs hier über eine digitale Verkaufsplattform gekauft, beispielsweise EloPage oder Digistore24. Ich werde auch gleich zeigen, wie das Ganze funktioniert, wenn man es dann umsetzen will. Oder eben zum Beispiel mit physischen Produkten, zum Beispiel über AdCell. Das sind zwei Netzwerke, aber wie das in der Praxis aussieht, werde ich dir jetzt mal live zeigen. Es gibt jetzt eine Sonderaktion und zwar, als Abonnent dieses Kanals erhältst du 20% auf den gesamten Kurs. Der Code dafür ist YouTube20. Der Link dazu ist ebenfalls in der Beschreibung. Ich werde dir jetzt nochmal hier AdCell vorstellen und hier kannst du ganz einfach auch physische Produkte bewerben. Du musst dich hier für anmelden und hier kriegen wir dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel hier ein Fitnessjob etc. CBD-Öle oder auch verschiedene andere Produkte, beispielsweise hier Sportgeräte. Wie wir das dann machen, wir klicken hier rauf. Wir haben dann hier unsere Links wieder. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen hier Wellenreiter Sportgeräte einfach kopieren und einfügen. Jetzt kommen wir auf deren Website und hier haben sie jetzt ihre Produkte beispielsweise. Hier gibt es alles Mögliche, Basketbälle, Fußballe, alles Mögliche einfach. Und wenn wir jetzt hier beispielsweise auf diesen Basketball rauf gehen, dann haben wir ja hier diesen Basketball für knapp 20 Euro. Dann müssen wir hier oben den Link einfach kopieren, dann hier reingehen, in den Produktlink, einfügen. Dann wird uns hier dieser Link erstellt. Jetzt müssen wir den Link hier kürzen für Social Media. Jetzt können wir diesen Link markieren, können ihn kopieren und jetzt haben wir wieder das gleiche Prinzip wie auch bei Digistore 24, nur natürlich ein bisschen komplizierter. Aber auch hier siehst du, jetzt kommen wir hier mit unserem individuellen Link, kommen wir hier auf diese Seite. Und wenn wir jetzt beispielsweise diese Seite hier an einen Interessenten verstecken und er diesen Basketball über diese Seite kauft, erhalten wir wieder eine Provision. Die kann mal niedriger, mal höher ausfallen. Man sieht hier auch bei AdSale ganz genau immer, wie viel Provision man bekommen würde. Hier haben wir jetzt beispielsweise nur 5% Provision. Es gibt allerdings hier auch andere Anbieter, die bis zu 25, hier 15% Provision auf Proteinpulver und so weiter und so fort. Also wir haben hier ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass wir uns hier anmelden. Die Registrierung ist eigentlich auch leicht, muss ich jetzt ja nicht zeigen. Dann können wir hier einfach in über 1876 Partnerprogramme unsere Programme, die uns interessieren, auswählen. Dann, wie gesagt, auf die Seite gehen, den Produktlink kopieren, einfügen und dann haben wir unseren eigenen Link, den müssen wir posten und dann können wir Geld verdienen.